Ich habe gespielt und ich spiele selber Tava, das ist Trommel. Und ihr kennt euch aus Afghanistan oder habt ihr euch hier kennengelernt? Wir haben uns auf dem Weg kennengelernt. Und du sprichst auch sehr gut Deutsch, muss ich dir sagen. Ich habe ja vorher noch nie mit dir gesprochen. Und bist du auch bei der Stravaak? Ich wohne in Lübeck. Ich habe hier meinen Realschulabschluss gemacht und Hauptschulabschluss. Jetzt will ich als Informatiker Ausbrüche machen. Dann sagen wir dir schon mal schönen Dank, dass du den weiten Weg aus Lübeck...